So, wir sind bereit, der Tag vergeht ja hier wie im Flug, ähm, ja, wir sind bereit aufzubrechen, schon Nacht geworden, war doch eben noch Tag, ähm, na dann, auf geht's, spielen wir mal ein bisschen Summer in Mara, auf geht's, wir sind bereit, das Boot steht bereit, wir können aufbrechen, ins Abenteuer, Korst erschöpft, sie muss hier ausruhen, was ist hier los, jetzt regnet's auch noch, na wundervoll, hopps, na dann, können wir mal aufbrechen, na bei dem Regenwärter will man nur weg, auf geht's, ich bin bereit, alles einsteigen, sehr gut, im Boot schlafen, weh, Beschleunigung, ist rückwärts, ja gut, ähm, ich würde gerne vielleicht, zur Seite, ja gut, das mit dem Denken, das ist, das muss, das muss hier noch ein bisschen, das muss ich noch ein bisschen lernen, ah, steht am, die Kreatur steht vorne am, am Boot, denkens, hinaus auf die See, offene See, na dann schauen wir mal, wo die offene See uns hinführt, wo es jetzt hingeht, über die Wellen, na bobo, lass uns in eine andere Richtung versuchen, wir haben keine Karte, wir könnten uns verirren, okay, dann in eine andere Richtung, ähm, ja, dort vielleicht, die Insel müsste, wo ist eigentlich die Insel, die müsste, auf den Kompass, ist die dort, ähm, offene See, wir versuchen mal, nach Osten zu fahren, nach Osten, hinaus, na bobo, lass uns in eine andere Richtung versuchen, ah, okay, wir können nicht über den Rand der Welt hinaus, ähm, ja, ey, müsste es doch in die, in die Karte müsste es in die Richtung gehen, Heimatinsel, ja, da sind wir wieder zurück, Wasser von oben und von unten, das gibt es nicht, dann schippern wir hier halt an der Insel dran, vorbei, ist ja unterdurch, beim Schreien, wo können wir denn lang, je nach Norden, das müsste doch der Plan sein, da sieht das doch sehr offen aus, offene See, na sehr gut, da hat uns der Kompass geführt, gut, na dann, ein anderes Schiff, Quaelis, du hast einen neuen Ort in Mara ansteckt, möchtest du die Nacht im Boot verbringen, na bobo, du hast einen sehr guten Orientierungssinn, könntest du für immer mein Reiseführer sein, das ist, das, du bist die Beste, vielleicht könnten wir die Jajas dort drüben fragen, ähm, ok, übernachten, aha, so jetzt haben wir geschlafen sehr gut weiterfahren ausgeruht da sind doch die jahres drücken wir doch immer ranzschippen hallo kommt euch irgendwie reden können wir scheinbar nicht aber da ist auch gleich die küste kann man sich anlegen vorausgesetzt wir können wir kriegen das mit dem schiff hin der steuerung sie und geheuer bleibt er hier ich will mit euch reden der erste klappt wohl so nicht so können wir hier noch am verlangt ein schöner sandstrand und wir hier anlegen scheinbar können wir es nicht na dann ich schippe einmal um die insel in die res boot schön die insel mal von außen ist glaube ich schon eine größere insel als die untere heimat insel ein fisch auf der karte was gibt es hier schönes für fische auf einer see ist das qualis ich hoffe der aufenthalt auf qualis wird nicht allzu quälend f heißt im boot schlafen vielleicht kann ich jetzt schon hier na nee war ich noch nicht dunkel aber gut gut verlassen wir können auch hier an land gehen können auch versuchen habe ich vor einmal rum wenn man den haupt hafen anlegen es wird vielleicht das beste sein ich habe hier mal ich komme hier irgendwie in die werft rein oder dann halt hier sehr gut naja nicht bestens geparkt aber das geht doch besser aber naja hauptsache geparkt können wir das hier aufnehmen können wir hier gefällt dir mein könig der piratenkostüm boah nicht übel hey mädel ich habe etwas im gesicht oder was habe ich etwas im gesicht oder was ist los ich will ja nicht stören ist gut ist gut ich bin gerade angekommen wollte ja mit ein paar bewohnern sprechen wollte hier nichts kaputt machen kaputt machen wollte ich hier ein paar stände sammeln ob sie schauen wir uns mal in der stadt um was hier so zu decken gibt ein hangar ach so nicht das ist jede pierre wo die schiffe rein können das ist nicht mein für schiff dann kann ich nicht dann kann ich nicht hüpfen kann ich nicht fahren natürlich sind wir uns wasser gefallen jetzt müssen wir hier mal gerade rüber vielleicht kommen wir die leiter hoch können wir uns hier drinnen mal umschauen können wir auch schneller schwimmen oder ok kommen wir nicht rein auf dem boot als butter auf dem kutter pfandflaschen muss ein bisschen pfandflaschen sammeln kommen wir vielleicht kommen hier nicht rein vorerst nicht tja dann schauen wir mal wie wir weiter kommen so was haben wir da drüben gibt es da fischbrötchen oder was das sieht doch wie so ein fischbrötchen naden aus wie ein imbiss mad in diesen nahen habe ich nie etwas gutes gehört das ist doch spitze wow ihr seid jajas wovon redest du kind ich bin noho und das ist kaleb wir kennen keine jaja doch ihr seid jajas ihr seht aus wie meine oma dein großmutter ist ein kräddo was mein großmutter ist jajaku ich kenne keine kräddo wir sind kräddo bin ich ein kräddo ähm das ist eine gute frage weißt du vor einigen jahren traf ich ein mädchen so außer wie du sie war jung und stark sie schwamm sehr gerne Sie schwamm durch zwei Meere. Sie schaffte es hinter den Sturmgütteln, wo das Meer nicht mehr Mara reist. Verzeihung. Die Sache ist, dass die beiden Meere durch ein großes Korallenriff verbunden waren. Man erzählt sich, dass dort die Tintenfisch Traders leben. Halb Trader, halb Tintenfisch. Sie hatten keine Beine, nur zehn Tage. Hast du dich verhört? Ein bisschen. Das hier ist Kralis, oder? Ich suche nach einer Frau namens Saimi. Ich glaube, sie lebt im Leuchteturm. Die Flut sitzt da hin und ihr Sog war schrecklich. Das Mädchen schaffte es nicht mehr aus dem Wasser. Dann spürte sie, wie etwas an ihrem Fuß zog. Ja, sie ist die Dame des Leuchtturms. Schließlich schaffte sie es anhand, mit letzter Kraft. Aber sie hatte überall auf ihren Beinen Abdrücke von Tentakeln. Und das Meer war ruhig. Wenn du also hier auf Cree-Cree wohnen wohnst, bist du eine Cree-Doo. Obwohl du nicht so aussiehst. Das ist gut zu wissen. Danke. Ich gehe zum Leuchtturm und suche nach Saimi. Kannst du jetzt das Hauptmenü... Was? Was kann ich mit Hauptmenü? Okay. Nachher habe ich nichts Gutes gehört. Wer steht denn da? Am Kai. Handeln können wir hier. Korst erschöpft. Sie muss sich ausruhen, um wieder Kraft zu sammeln. Kaleb. Hallo. Können wir handeln? Ähm, ich hätte hier ein paar... Achso, Kaleb. Das ist, was Kaleb hat. Kautensamen, Salatsamen. Baumwollsamen. Das geht doch interessant. Was willst du dafür? Geld brauchst du dafür. Ja, ich kann ja nur Tauschgüter. Tja, schade. Ich habe kein Geld. Ich muss erst mal noch sammeln. Kind, mit der Krabbenpost stimmt etwas nicht. Ich weiß nicht einmal, was die Krabbenpost sein soll. Die Postkrabben. Sie transportieren Briefe von einem Mods zum anderen. Du hast sie garantiert schon gesehen. Sie waren bis jetzt immer äußerst effizient. Bis zum heutigen Krabbel-Kramm-Generation. Die neuen Junkkram scheinen sich an uns zu verirren. Wenn du die Briefe finden solltest, könntest du sie lesen, um herauszufinden, ob es was Wichtiges ist. Aber sie sind hier nicht privat. Mach dir keine Sorgen. Die Leute hier finden es nicht so schlimm, wenn andere ihre Briefe lesen. Und von Briefgeheimnis hält man hier nicht so viel. Außerdem, wenn du sie liest, ist es überhaupt kein Problem. Solange Edegan, der Bankier, die Briefe nicht in seine Finger bekommt. Warum Edegan? Er ist furchtbar neugierig. Vor ein paar Jahren war er noch ein entzückendes Kind. Aber jetzt... Er ist damals auf das Festland gezogen, um zu studieren. Man sagt, an einer ziemlich guten Universität. Das war die Wirtschaftsuniversität in Conte. Danach hat sein Vater hier auf der Insel die Bank für ihn eröffnet. Seitdem lebt er wie eine Mahl im Speck. Aber das hast du nicht von mir gehört. Dieser Edegan ist ein echtes Peppermaule. Okay, ist gut. Wenn ich Postgraben mitbriefen finde, werde ich sie mir durchlesen. Ich glaube, im Moment sind fünf von ihnen verschollen. Danach sehen wir weiter. Neben Quest, finde fünf Postgraben und herließe die verlorengegangenen Briefe. Postgeheimnis brechen. Jahu. So, was sagte mein Questlog? Kartenlog, Questlog. Gehe zum Leuchtturm und suche nach Sami. Finde fünf Postgraben und schließe die verlorengegangenen Briefe. Ja, was war jetzt zuerst hinkriegen? Aha. Hier haben wir Sami. Hier haben wir Fili, hier haben wir Kaleb und Noah am Steg. Und Bram. Den müssen wir mal besuchen, den Bram. Sieht doch interessant aus. Wo ist denn der? Wo hängt der ab? Dort drüben am Strand. Vielleicht kommen wir da auch nochmal hin. So, mein bisschen zackig hier. Kannst du nicht mehr. Ach je. Wo bist denn jetzt gelandet? Mitten in der Stadt. Wieder aufgewacht. Was ist denn jetzt hier los? Oha. Ja, ähm. Wollen wir mal erstmal wieder zurück zum Strand, oder was? Mal was hier vorsichtig mal umgucken. Okay, da kam ich gerade her. So. Sehr schön. War man ja nicht voreilig. Irgendwas ran. Go, hast erschöpft. Sie muss ja auch... Ja, sie ist ja... Was ist denn hier so erschöpft? Was ist denn auf einmal hier? Ein paar Korten essen. Ah, hat Hunger. Hunger und Erschöpfung. Sehr gut. Jetzt dürftest du doch wieder fit sein. Auf die Erkundung in der Stadt. Plakate. Kommen die abnehmen. Schade, das können wir nicht. Okay. In diesem Licht sehe ich fantastisch aus. Rotbomber. Nach rechts. Nein. Noch weiter nach rechts. Ich kann nicht glauben, dass sie mich sitzen gelassen hat. Tja. Kann ich mich hier... Kann ich mich sitzen lassen? Mich selbst. Ich kann mich auf die Bank nicht sitzen. Sehr schade. So. So. Hydranten. Hashtag hydriert euch. Ich werde einen Gitarristen und einen Schlagzeuger finden und eine Band konnten. Da. Viel Spaß dabei. Habe ich was zum Füttern. Ich habe kein Essen für dich. Hm. Apfel. Ja. Äpfel haben wir gerade nicht dabei. Durchs Beet gelaufen. Okay. Wo die Hecke kommen wir nicht drüber. Hallöchen. Wo ist mein Zimmerschlüssel? Für 40 Münzen kann ich hier schlafen. Aha. Hotel. Okay. Wie haben wir hier? Ich sterbe, wenn ich nicht sofort einen Marakona trinke. Okay. Meine Mama sagt, dass dies nur eine Verschwendung von Zeit und Geld sei. Aha. Benutzen. Ich habe nicht genug Geld. Hm. Wo kriege ich denn Geld her? Ich habe nicht genug Geld. Hm. Geldlos. Durch die Stadt. Braucht man für alles irgendwie Geld. Tja. Hier auf dem Markt wahrscheinlich auch. Äh. Von hinten. Ich muss mich gesünder ernähren. Ich schaffe das. Hallo. Gehandeln können wir uns noch nicht. Da muss man Geld. Um Sagen zu kaufen. Es könnte interessant werden, wenn wir dann unsere eigenen Weizensamen, Kartoffelsamen, Zwiebelsamen, unseren Acker bestellen müssen, wenn wir hier im Shop Sachen bestellen können. Ich weiß nicht, wo wir Geld hernehmen können. Ich brauche einen besseren Hammer. Wer ist mit dem hier? Ich brauche einen besseren Hammer. Okay. Das Fass ist zu fest. So. Na dann. Stadt Erkunderei. Das verkaufst du so schönes... Fisch. Fisch macht. Kind auf etwas oder... Kauf etwas oder mach dich vom Acker. Also das ist aber... Du darfst dich hier da rumschauen. Ich werde dich hier noch umschauen dürfen, oder? Ah, ist doch hier. Die Preise wollen einfach nicht aufhören zu steigen. Tja. Spekulierung. Spekulatismus. Keine Ahnung. Wir haben kein Zeits von dir. Aha. Da haben wir unfreundliche Säen hier. Mein Onkel sollte eigentlich diese Kiste ausladen, aber er ist verschwunden. Wenn wir ein bisschen klauen gehen. Ja, das würden wir natürlich nicht machen, aber... Okay, jetzt bin ich in der Luft. Gut. Hier bei dem Zaun springen können wir auch nicht. Na dann. Hundchen. Füttern können wir die nicht. Wir haben keine Äpfel. Die wichtigsten Sachen im Leben ist es zu lernen. Wenn man reift, so wie der Bank hier in der Stadt. Aha. Da fällt jemand dem Bank hier nach. Er ist hier scheinbar auch nicht so beliebt. Von einigen aber schon. Mit diesem Kredit werde ich ein Boot kaufen. Ganz genau. Mhm. Faszinierend. Dass hier alles so geredet wird. Immer mal zum Strand. Wird schon armt hier. Ich verstehe nie, wovon er redet, aber... Er ist zu gut aussehend. Ich kann das rauschen, dass man das von hier aus hören. Aha. Ein Ball. Nützen können wir den nicht. Schade. Schade, Mama Nade. So eröffnet man ein Bankkonto. Hey. Hast du gesehen, wie wunderschön der Himmel ist? Ja. Nicht übel. Ja. Ja. Ups. Ich kümmere mich wieder... Was? Ich kümmere mich wieder um meine Angelegenheiten und ignoriere die älter... Ich wünschte, mein Enkikind wäre so clever. Was für ein echt tonisches Talent. Schon 20 Uhr. Ausgehend heute muss ich diesen Ring verlieren. Na toll. Okay, hier haben wir einen Strand-Dingens. Können wir angeln gehen. Wir haben Fisch. Na komm, Fisch angeln. Sehr gut. Na, ich muss noch den Balken darauf halten. Verdammt. Ich muss hier ein bisschen mitschwenken. Nice. Zander. Der Zander, das ist auch ein... Ist auch ein Vorname. Nicht ein Vorname, ein Nachname meine ich. Stadt bei Nacht. Ja, auch schön. Kann man uns hier hinsetzen? Sehr schade, das können wir nicht. Was werde ich nur ohne meinen Job machen? Ich mache lieber von hier Bilder, anstatt den ganzen Weg zum Leuchtturm zu gehen. Aha. Ja, den Leuchtturm habe ich noch nicht gefunden. Gut. Mein Hund kann reden und nur nur Kunststücke machen. Was für ein hässlicher Köter. Okay. Zack, zack. Okay. Gucken wir hier hoch. Können wir nicht. Schade. Muss Friedensbock gehen. Schade. Oh, der Möhelma sieht wie ein Frosch aus. Müll gesammelt. Natürlich. Wenn wir jetzt noch in den Trick kommen. Müll und Trick. Bin total pleite. Aber was wäre, wenn ich dieses Haus an diese Dame verkaufe? Ja, dann kriegst du vielleicht ein bisschen Geld. Ich habe nicht genug Geld. Ich bin auch pleite. Ich darf morgen die Musikaufführung nicht verpassen. Na dann. Geh schon mal schlafen. Bis du morgens nicht verpenst. Das wäre vielleicht Ratsam. Wenn sie um Mitternacht noch rumsteht. Kein Wunder. Ich habe von diesen Dingen namens Schal gehört. Ich wünschte, ich hätte einen. Okay. Quast erschöpft und muss sich ausruhen und Kraft sammeln. Ach. Da stehe ich noch kurz vor eins hier mit auf dem Berg ein. Sachen gibt es. Hops. Das ist mal hier. Treppe ruf. Da muss doch irgendwo der. Der Leuchtturm sein. Der muss irgendwo ganz oben sein. Müll. Ja, ich sammle ein bisschen Müll. In den Müllturm rumkramen. Komm, so schlecht geht es mir doch auch nicht. Was hier Müll rumwählen muss. Pannflaschen haben wir auch schon gesammelt. Wofi. Ja gut. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Wir sollten uns eine andere Arbeit suchen. Ich hasse es, das Wagen auszunahmen. Okay. Hier sind wir jetzt in Oberstadt. Gucken wir mal hier entlang. Ich komme ja gleich mal zum. Zum Leuchtturm. Der muss doch hier irgendwo der Nähe sein. Weit kann es doch nicht mehr sein. Ich bin hier mal hoch. Ich fühle mich, dass Sprinten das verbraucht auch langfristig ziemlich viel Energie. Wir sind ja bald sehr erschöpft vom Sprinten. Aber ich will auch vorankommen. So zertrümmern. Ich brauche einen besseren Hammer. Blödsinn. Ich muss nur den Hammer mal rausholen. Noch einen besseren Hammer. Tatsächlich. Einen besseren Hammer. Korst erschöpft. Ich brauche einen besseren Hammer. Ah, okay. Das andere ist erz. Und ich muss mal mein Inventar näher fressen. Verbraucht Güter. Eine Kauter habe ich noch. Bombeere. Da wird sie mir essen langsam alle. Gut. Da muss ich mal was Neues ernten. Was hier nur auf den Markt geht. Gutes Test automatisch. Den Hammer benutzt. So ein Leuchtturm. Das muss doch hier. Das muss doch hier schon der Leuchtturm sein. Ganz genau. Der Leuchtturm. Die anderen Questkommandoren später. Jetzt hier erstmal rein. Eintreten. Abonschaft freigeschaltet. The Lady in the Nighthouse. Hey, hey. Ist Saimi hier? Wer bist du? Ich möchte mit Saimi sprechen. Wo sind denn deine Manieren? Belästige mich nicht. Falls es nicht was Wichtiges ist. Nun. Das scheint so nichts zu funktionieren. Vielleicht sollte ich die Credos am Hafen fragen. Aha. Okay. Jetzt sind wir den ganzen Weg jetzt hier. Laufen nur um wieder zurücklaufen zu müssen. Das finde ich doch großartig. Ja, dann runter zum Hafen. Ops. Um die steinigen Flächen. Und dann kommen. Können wir hier ein paar Abkürzungen nehmen. Oh, ein Feld. Ist doch gut. Das können wir hier gebrochen. Ein bisschen säen. Das haben sie wohl geändert. Das haben wir falsch herum gemacht. Das säen ist ernten und das ernten ist säen. Interessant. Brauchst Glüter. Ah ne, das ist nur zum Pflanzen. Schade. Jetzt zertummern. Ich brauche einen besseren Hammer. Schade. Ich brauche einen besseren Hammer. Okay, können wir hier noch nicht machen. Okay, das Beet machen können wir hier nicht. Nehmen. Okay, wir sind mal da mitgenommen. Wahrscheinlich auch nichts zum Essen. So, Ops. Ah, ist auch das große Höhle runter springen. Das Glück gibt es hier keinen Fallschaden. Das will Kraft sammeln. Ja, ich habe leider nichts zum Essen mit dabei, mein Lieber. Sonst würde ich dir da was zu essen geben. Lass uns mal schnell zum Hafen. Wir sind mal mit denen reden. Sagt die Quest. Hallo. Okay, was sagt denn die Quest? Sprich mit Nahu für den nächsten Auftrag. Aha. Nohu. Bist du, Nahu? Hallo nochmal. Hey, die Dame möchte nicht mit mir reden. Da willst du mit solchen Manieren. Ja, weil du mit solchen Manieren hier nicht weit kommen wirst. Ich traf einst einen Mann. Der einen Butler. Er lebte in einem riesigen Haus. Er kümmerte sich gut um seinen Herrn. Auch wenn ich solche Dinge nicht gut heiße. Aber er fand einen Jungen Jungen im Esszimmer des Hauses. Die Sache ist, er begann nicht zu schreien, sondern geht ruhig. Er hat sich einfach daran gemacht, die Situation zu lösen. Weißt du wie? Nein. Ich auch nicht. Das ist sein Geheimnis. Er wollte es mir nicht verraten. Und was mach ich jetzt? Frag einfach, Kind. Okay. Hey, weißt du irgendwas über eine Dame namens Sami? Es tut mir leid. Wir sind Kaufleute. Solange du uns nichts für einen Tausch anbietest, sind unsere Männer versiegelt. Naja, nicht komplett. Das stimmt. Ich traf einst nämlich ein paar Annahmen am Ufer von Ulrichstier. Welches? Na gut, ich verstehe schon. Pass auf, ich boche etwas hart. Nimm dir ein paar Baumwollsamen. Ich frage dir, wie man ihn herstellt. Nachdem du die Baumwolle geerntet hast, bring mir den Faden und wir können dir mehr verraten. Baumwollsamen. Du hast ein neues Rezept. Faden akzeptiert. Stelle einen Faden her. In deiner Werkstatt. Und bringe ihn nach, damit er hilft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017